Ich lasse heute etwas an meinem Gesicht machen. Eine spezielle Augenbehandlung machen, die heißt Global Icon. Das Einzige, was mich eigentlich an meinem Gesicht stört, sind meine Augenfalten. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, hier unten sehen, weil ich einfach wie lache. Letztens, als ich bei meiner Kosmetikerin war bei Individual Beauty, habe ich gemeint, ja, diese Augenbehandlung findet sie super. Sie macht leichte Mimikfalten weg, sie strafft die Haut und sie hält sogar Augenringe auf. Deswegen book me in. Das ist ein Peeling mit verschiedenen Säuren. Ich schreibe sie euch hier alle hin. Dann machen wir dazu noch Microneedling. Ich bin jetzt am Weg, das ist mein Fit. Und das ist das wunderschöne Haus, wo ihr Studio ist. Hier drei Räume, Mitarbeiter und ja, meine Haut ist so schön glowy, weil ich vor zwei Wochen bei ihr zum Hydrofacial war. Da haben wir schon angefangen, sie hat zuerst entfettet und dann hat sie angefangen, das Peeling aufzutragen. Das hat sie ein paar Mal wiederholt. Ich muss ehrlich sagen, das hat ein bisschen gekribbelt, aber das war es auch schon. Da muss ich danach irgendwas Bestimmtes beachten. Auf Sonnenschutz sollst du auf jeden Fall achten. Ein hunderterlich Schutzfaktor würde ich dir empfehlen. Danach hat sie das Peeling abgenommen und neutralisiert. Und jetzt kommen wir zum spannenden Part. Jetzt applyt es so ein Serum und dann wird das Ganze in die Haut geniedelt. Man muss es aber nicht reinniedeln, man kann es auch nur auftragen lassen. Aber mit reinniedeln hat es nochmal einen stärkeren Effekt. Nachdem es dann bei mir reingeniedelt wurde, habe ich noch eine Augenmaske bekommen. Die war einfach kühlend und richtig schön, angenehm. Und meine Haut war echt ein Traum danach. Ich habe noch eine Pflege für die Augen mitgenommen und einen hunderter Fakotor für den Augenbereich. Den kannst du aber auch auf die Lippen verwenden. Und ja, das war mein Besuch bei Individual Beauty und ich war so, so happy.